Ich hab den mit Pistole gekillt! Der ist doch gut. Komm und hab ihn. Aaaaah, das kommt im Kempel. Der Hedgehotted ist tot. Sein teammate geht hoch. Achso, das ist der Bot. Ich hab keinen Bot mehr, glaubst du, oder? Doch. Nee, ich hab keinen Bot mehr. Der ist überall am Läden. Komm her. Komm her. Aaaaah, Kuhnball! 109er. Weniger Fluch mehr schießen. Ja, wo kann man sagen? Aaaaah, Kuhnball! Ich geh nicht in Sicherheitsdeckung. Auf mich wird geschossen. Wo wird noch nicht geschossen? Sehr gefährlich, was die macht. Super. Der Bot ist weg. Ja, hat dir geholfen. Oh, du warst da. Wie viele sind da, Max? Äh, zwei. 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 K trafficking. Die sind da, die sind da. Ich bin kein einziges Mal gestorben. Ja! Ich auch nicht. Ich habe Minis für dich, wenn du welche brauchst. Nein, dreh dich erst mal. Oh, ne, du bist der Falsche. Hier, MC. Nimm meine Minis. Schluck sie. Schluck sie runter. Ja, schlucken dann. Ach so, schluck. Nimm deine Pillen. Sag wann lebt Lukas wieder. Ich hab noch jemand behutet. Von Wo, hello. Oh mein Gott, der teleportiert sich. Ach du Scheiße. Junge, wo wollte er denn hin? Nach Ägypten. Wo er schon ist. Ich hab keine Schlüssel. Ich hab Schlüssel. Drei Stück sogar. Ich hab auch Schlüssel. Du könntest nur ganz schnell aufmachen. Natürlich, für dich doch immer, süßer Schnuckipus. Dordichchen. Mäusezähnchen. Na komm her. Oh. Oh. Wir reinstellen. Na jetzt wer'sghеюсь, da was gesehen hat. Oh. Oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, wo mereka's gern. Oh oh, oh. Oh. äh da war ein jump hin völlig ahn ist das oh oh er kommt ja er kommt auf mir so schlecht du ich hab noch einen der ist 110 muss ja der letzte sein schieß den Baum weg der steht weg noch einer es ist noch einer bei Lukas bei Lukas komm her Lukas hat 1 HP alter dieser der Wolf alter ja also ich hab 15 Kills ne ich habe nur eine Hallo Leute hier ist der MC Rossi Fanshop hier gibt es vieles von euren Lieblingsstreamer und Content Creator T-Shirts Tourenbeutel, Hoodies, und vieles vieles mehr geht auf den Link in der Videobeschreibung und holt euch eure Produkte hier gibt es jede Menge schaut es euch an und kauft fleißig ein MC Rossi Shop alles was ihr braucht 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 und braucht